Der Worker's Memorial Day 2020 steht unter dem Schwerpunktthema wieder dem Lungenkrebs. Asbest heute eingeatmet kann in 20 oder 30 Jahren erst zur richtigen Gefahr zum Ausbruch und zum Tode führen. Zieht diese Maske auf. Ich weiß, wie schwer es ist darunter zu arbeiten. Sie sieht scheiße aus und man schwitzt darunter wie verrückt. Aber es hilft. Es schützt euer Leben. Es schützt vor Asbestose. Es schützt vor Lungenkrebs. Diese Maske rettet dein Leben. Die Maske rettet dein Leben. Wir haben